Halleluja, you are the one. Ich freue mich schon auf die Bienen. Na ja, ich finde Bienen finde ich jetzt nicht so dermaßen spektakulär. Ich finde nur den Honig geil, sonst finde ich eh nix super. Ja, aber was bringt dir der Honig? Sehr langweilig. Essen. Gut, da gibts noch bessere Essenskönnen. Willst du eigentlich ein paar Fackeln haben? Nö, ich hab Fackeln. Ich hab mal halben Stack. Dann geh ich mal. Das ist doof. Wir müssen tiefer als... Ey, Junge, diese Zweiharder. Was geht bei denen? So, weil jetzt schon nether ist. Er hat vor sogar gesagt, er möchte in der ersten halben Stunde nether sein. Tja. Hä, aber das ist ja... Diese sind eigentlich so krass. Einfach Minecraft durchspielen und Walk Attack. Obwohl die Leistung vom Server selbst eigentlich echt nicht schlecht ist. Ich hab die Jaws. Let's go. Let's go, Diamanten. Nein. Easy. Nice. Du bist Zweiharder. Ich bin so ein Lacker, Alter. Oha, Zweihard, ja chill. Ich hab gerade mich runtergebaut, Junge. Das spricht noch mehr für X-Ray, aber gut. Nee, ich hätte hier dieses richtig alte Tutorial von ConCrafter machen müssen. So in zwei Minuten Dias finden. Ahaha, das war aber auch immer richtig geil. Das waren noch Zeiten. Ich hab das sogar mal... Boah, was war denn das? Was? Alter, ich bin ja verkommen, der in den Anfang des Gangs zurück teleportiert wurde. Ich hab das mal ausprobiert und dann tatsächlich so in vier oder fünf Minuten mit diesem Ding einfach Dias gefunden. Es geht schon ziemlich schnell. Aber ich hab Dias. Insofern, alles nice. Wie viele hast denn du gekriegt? Äh, acht Stück. Einfach acht Stück. Wow. Acht. X-Ray. Ich bin auch für der Profi. Ich sag noch so, Bau höher. Wenn du da unten gewesen wärst, dann hättest du die nicht gefunden. Also ich muss da schon perfekt auf Höhe 11 sein. Naja, jedenfalls... Äh, eigentlich ist ja die Taktik, wenn du Dias findest, dann einfach mal in eine andere Richtung zu bauen. Aber irgendwie bin ich gerade dafür ein bisschen zu faul. Ich kann einfach gerade Blöcke doppelt abbauen. Ich kriege auch doppelt so viel Loot raus. Ach, deswegen hab ich acht Dias. Jetzt no joke, ich hab grad hier Redstone abgebaut. Kriege aber wieder doppelt so raus. Hä, aber Redstone kriegst du ja auch mehrere gedroppt. Nein, nein, aber ich krieg trotzdem... Ich konnte nochmal abbauen und hab nochmal was rausgekommen. Ja, 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 hätt ich auch gesagt. Das ist nicht aus... Das war nicht mehr in deinem... Das war nicht mehr in deinem... Das war nicht mehr in deinem... Das war nicht mehr in deinem Inventar drin, deswegen. Merk schon, die Hacks sind wieder am Start, oder? Ja, der ist so ein Hacker, das glaubst du nicht. Kannst du mit dem Hackland auch gehen, bitte? Ja, ich bin halt nur am Travelen. Ich will jetzt ne Wüste finden. Ich hab no joke ne Wüste. Nices, nice Timing. Ich will ne Wüste finden und dann regeneriert die Welt sich wieder und da ist ne Wüste. Äh, wie weit ist die Wüste so? Äh, wo bist du, bei welchen Koordinaten? Ja, ich bin ja jetzt auch nicht in der Mitte. Sag einfach, welche Koordinaten ist die denn? Minus 950, minus 5000. Boah, 5000 wirklich, boah. 5000? Als ob ich so weit getravelled bin. Ja. Aber es gibt ja TPA. Es gibt TPA. Ja, aber trotzdem ist er ist da weit weg halt von, ne, von den anderen dann wahrscheinlich auch und so. Das ist ja noch nie passend. Oh mein Gott, bei mir ist so ein Ding Lager. Bei mir ist so ein... Ey, wenn da, wenn da ein Wüstentempel, wenn ein Wüstentempel einfach in der Wüste gewesen wäre, wäre er so sick. Da waren jetzt einfach, da waren jetzt einfach acht Skelette. Ach du Scheiße. So, OP-geollt Äpfel wäre schon, äh, fresh. Aber ich weiß nicht, wollen wir hier in der Wüste bauen? Ich würde schon sagen, oder? Da hätte ich schon Bock drauf. Weil ich meine, jetzt haben wir eine Wüste, jetzt sollten wir es auch nutzen irgendwie. Aber ich würde, ich würde, glaube ich, erst mal so, ähm, am Anfang so, so Starterbase quasi, äh, nebenan so bauen. Und dann halt später so in der Mitte so was richtig Neues ist. Was mich gerade nur ein bisschen irritiert, dort wo ich gerade bin, ist so ein Lager mit diesen Bogenmenschen. Ah, ah, Pillager Autos. Pillager, genau, so heißt Neues. Ja, äh, ist der direkt in der Wüste oder ist er nebenan? Äh, der ist direkt in der Wüste, aber prinzipiell denke ich, ist, dass der nichts Schweres ist. Weil wenn wir auf dem Werk sind, können wir die doch... Ja, die Frage ist halt so, äh, Kriegt man das irgendwie hin, dass die dann nicht mehr da spawnen oder so? Weil er das abbaut, glaube ich. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht sicher, oder? Ich hab keine Ahnung. Weil die haben ja keinen Spawn oder so, wie so ein Dungeon. Ja, eben. Das ist ja eben die Frage, die ich mir gerade auch stelle. Also. Du brauchst einfach das Gebiet zu, wo die sind. Was ist? Du brauchst einfach das Gebiet zu, du brauchst noch so eine riesige Mauer drucken. Ja, das sieht aber... Ich bin einen Moment weg. Das sieht aber auch wack aus. Ja. Stell vor, du hast einfach, äh, schon, äh, hier, Dings, das End, wie heißt das nochmal? Äh, Dings gefunden. Nein, glaube ich nicht. Endfestung. Hier sind einfach nur mega viele Silber. Kann doch sein. Ja, aber doch nicht einfach so unter der Erde. Natürlich einfach so unter der Erde. Wo sind die denn sonst, bitte? Hä, sind die nicht normalerweise im Ozean? Also früher war das so... Ich hab keine Ahnung, wie das jetzt ist zu den Versionen. Ey, nein, sie waren schon immer einfach unter der Erde. Es sind ja wirklich... Es sind ja wirklich acht Silberfische, ne? Ey, locker, locker, du bist einfach schon bei einer Endfestung. Wir sind... Alter, das ist nicht mehr normal, ich sterbe. Ja. Ey, das... Ey, ja, wenn du die tötest, kommen ja mehr, du Kek. Ja, aber was soll ich denn machen? Ja, nicht töten. Ja, aber... Hä? Die laufen jetzt einfach hinterher. Ja, unpraktisch. Ja, aber hä? Wenn du die abbaust, was machst du denn mit denen? Die machen dir ja Schaden. Ja, musst du hochbauen. Lost. Ach, die sporen irgendwann, oder was? Na klar. Ja, wenn du weggehst, hast du mich schon. Ich hab Gold gefunden. Erstmal, äh, Goldäpfel. Entweder waren das einfach random Silberfische, einfach so. Ah, lol. Ah, lol. Hier ist ja mal ein fettes Ding. Hä? Also ich raff das gar nicht. Ja, okay. Muss ich gleich abbauen. Das waren einfach random Silberfische. Äh, Eisen. Nimmst du noch auf? Ja. Machst du das Ganze dann in der Timelapse, oder wie? Äh, nee. Da hast du das Ganze zu hoch ein bisschen zusammengekappt. Ja, ich katt's halt zusammen, ne. Aber wir haben schon 18 Redstone-Blöcke. Let's go. Einfach, äh, TheDowcraft 2.0. Miese Zeugn. Miese Zeugn. Hä? Bist du weit weg? Hä? Uff, hä? Was? Äh, hä? Ich bin direkt wieder da gespawnt. Oh, lol. Hä? Ich bin einfach da liegen geblieben und dann bin ich irgendwie wieder da aufgewacht. Entspannte Sachen. Hä, find ich eigentlich gut. Ich hab meinen Loot-Header. Bin wieder hier. Hä, hä. Ich würd mal sagen, auf geht's. Nächste Runde. Auf geht's noch. Warte, warte, ich glaub, ich lass die Dias besser um. Ja, wer, wer, wer. Ich stell dir vor, ich fall so gleich einfach in Lava rein. Und tschüss. Und tschau. Aber ich kann, ich kann gleich, ich kann gleich direkt, äh, Enchantment-Table machen, ne. Also, und sie dann... Ach, warte mal, nee. Du verlierst dein Inventar ja nicht. Doch, doch. Doch, ja. Meinst du, meinst du dann... Nee, also, du, du verlierst dein Inventar. Also, ja, was heißt, du verlierst, also, ne. Aber normal halt einfach. Jedenfalls, äh, ja, ich kann mir gleich ein Enchantment-Table machen. Let's go. Nice. Aber, äh, ein Wassereimer werden. Weißt du, wo hier noch irgendwo Wasser ist oder so? Ich hab ein Wassereimer. Yo, 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 yo. Hast du ein Wassereimer? Ja, bitte. Was los? Da war einfach grad ein Küper hinter mir, so auf Suizid runtergesprungen und hat mich fast weggesprengt. Warte, ich kann dir dann den Leeren einmal geben. So, ja, geschau. Gar nicht, ne? Ja, das war, ne, also, nicht ganz so nice Aktion, so. Der Blaze-Spawner ist nicht am Spawn. Ja, wahrscheinlich, weil es sich laggt oder so, weil er direkt erstmal in Nether gegangen ist. Oh, ein bisschen Lapis Lazuli. Nice, können wir direkt erstmal gleich mit Enchanten anfangen. Ich brauch noch ein Obsidian. Oh, Ground-Items will be removed. Dann baue ich mal jetzt kurz nichts ab, weil das wäre sehr geil. Ja, ich verliere gleich ein Obsidian. Lol. Spaß. Ja, also, eigentlich kann ich das gleich schon. So, ich nehm noch... Ich nehm noch hier hinten das Gold mit und dann, glaub ich, let's go. Was, was ich mich frage, sind Wüsten-Tempel eigentlich anders hier als größer? Äh, eigentlich nicht, wieso? Weil ich denke, dass ich einen gefunden hab. Die Map muss kurz laden, ob da... Lol. Ich glaub, ich hab einen gefunden. Ja, wär ja nice. Also, in... Das wär schon echt schön. In der Wüste von, also, die du vorhin meintest. Let's go, denkst du, du willst jetzt wieder Diamant gefunden? Let's go! Ey, kannst du mir laufest, lassst du die geben? Ja. Dankeschön. Ja. Let's go. Damn, let's go, ey. Moin, Freunde, los geht's! Nice, dir hast du es gefunden. Nice. Nein, als wenn ich dir es finde. Ey, was bist du für ein Keck, Alter? Du warst schon viel länger da rum gemeint als ich und hast immer noch keine Dias gefunden. Let's go. Wie braucht man eigentlich für den Kram? Kram. Ah, Mann. Haben wir... Haben wir Leder, haben wir Leder? Nein. Als ob wir kein Leder... Wir haben kein Leder. Okay, ähm, ich kann doch kein Enchantment-Termin machen. Er ist keine Bücher, ne? Lederlob. Doch, warte. Ich hatte, glaub ich, Leder, aber ich hab was weggeschmissen. Du, als ob du Leder weggeschmissen hast. Was bist du denn für ein Otto? Ja, ich hab so, äh, Dings, irgendetwas getötet und dann, weiß ich nicht. Du Kekko, Alter. Hab ich nicht nachgedacht. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Dann muss ich erst mal raus und rumlaufen, ob ich irgendwo... Oh, ne. Wow, 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 wow. Der, du was. Aber das sind gerade, also wirklich krasse Lags. Das hab ich so persönlich noch nicht mitgekauft. Ja doch, das ist eigentlich Standard bei solchen Sorgen. Oha! Ey, wir hätten da noch ein Stückchen weitergehen sollen. Äh, hier ist einfach ein richtig nicer See, so in diesem Berg. In diesem Gebirgsding. Die sieht mega nice aus. Feierlich übel. Also, du wolltest jetzt noch nicht in der Wüste bauen? Wow, 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 wow. Äh, ähm. Also eigentlich, meine Grundidee war ja, Asian-Style zu bauen, aber da hatte ja jemand was gegen. Ja, ich kann das wahrscheinlich... Ist nicht dein Ernst. Okay, doch nicht. Alles gut. Da hinten war, glaube ich, eine Kuh, oder? Nein, das ist eine Kohle, oder? Nee, 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 in meinen Augen. Äh, jedenfalls. Ey, da hinten ist Kürbis. Wir können direkt erst mal, äh, äh, entlooten. Hä, wieso kann man so langsam schwimmen nur in 1.15? Was geht hier ab? Wieso schwimme ich so langsam? Warte, ich. Kann ich nicht beantworten, aber ich finde einfach wirklich keine Dias. Also, wenn ich das... Hier, hier kannst du, by the way, gut Sand abbauen, wo ich bin. Hier ist, äh, viel Beach-Bio. Dias, Dias, Ehre. Dias. Dias gefunden. Nice. 1, 2, 3, 4, 5, A05, schade, schade, schade. Boah, stell dir mal vor, die werden jetzt despawned, alter. Moah, da wäre ich aber ganz entspannt gewesen, du. Ja, ich auch. Es gibt zwar nicht, als ob ihr jetzt nirgendwo irgendwie mal nur so eine Kuh rumläuft, oder so. By the way, er hat sich nicht eigentlich noch n... Ähm, wo ist es so aus? Let's go! Eine Runde Faithful reinpacken. Was hast du? Was? Was hast du? Äh, Faithful Texture Pack. Ja, okay, sieht gar nicht mal so nice aus, aber okay. Als... Kannst du dir nicht eigentlich... Kannst du nicht eigentlich ein Texture Pack machen, weil du alle, alle Blöcke unsichtbar machst, außer Diamanten? Äh, das nennt sich X-Ray Texture Pack und da sind schon fünf mehr Menschen drauf gekommen. Als ob es jetzt anfängt zu regnen. Als ob hier einfach keine Kuh ist. Ich bin noch mehr Dias. Slash TPA und einfach dein Name. I have found the Emeralds. Ich hab keine Kühe gefunden. Stark. Scheiße, ich hab aber ein Zombie gefunden. Äh, was? Gittidib. Aber es ist richtig weitläufig. Das ist richtig weitläufig. Hä, das ist voll gut. Ich bin da in der Mitte zwischen diesen Fluss. Da kann man eine schöne Brücke rüber machen. Äh, ja. Ja, also das sieht schon... Da ist so eine Stadt zwischen diesen zwei... Ich bin nicht richtig geil. Das sieht schon ziemlich nice aus. Also, wie du einfach verzauberte Lederschuhe hast. Der hat dich aus dem Boot. Nice. Du hast direkt erstmal Boote gelootet, ey. Äh, nee, da war eins da vorne. Da schön Lederloch. Ja. Aber... Ich würd's hier bauen. Ja? Oder? Äh, ja. Ja, ja. Aber ich find... Ich find das voll nice hier mit diesen... Mit diesen Strukturen, ne? Mit diesen fetten. Ja, das sieht auch richtig cool aus. Ich glaub, das wär cool, wenn man hier so, weißt du, so... Boah, wobei das... Da hinten kommt direkt wieder was, ne? Und ich mach... Ähm... Ja, okay. Ja, es ist schon... Es ist schon spannend. Es ist schon spannend. Ähm... Spiel ich dir du dem Spiel durch, oder? Ja. Hier würd ich gern bauen. Hier bau ich auch. Wo? Hier. Ja, ich würd... Ich würd... Wie gesagt, ich würd erstmal so am Rand bauen. Und dann... Äh, wo... Wo geht's denn Richtung Spawn? Welche Richtung einfach? Ähm... Dort, aber das sind dann halt 8... Ja, genau. Aber das sind dann ungefähr 8000 Blöcke noch. Okay, okay, okay. Hm... Ich würd hier gern zwischen diesen Flüssen und dort diese zwei Länder... Also, also guck mal... Wir können's ja irgendwann... Irgendwann später... Einfach ne, äh... Dings hier... Mit Minecarts einfach... Irgendwann steckst du unter der Erde einfach... Ja, easy, easy. Oder einfach später mit Elite drin. Äh, ich glaub, das ist nicer. Ja. Also guck mal... Ich würd sagen... Okay, das ist eigentlich schon voll nice. Hier kann man so voll den geisten... Äh... Den nicen Eingang hier mal so hinbauen. Weißt du? Da ist so... Ne? Ist so ein fetter Eingang und dann kommst du hier so in dieses... Weinst du so ein Tor? Ähm... Äh, ja. Ich mein halt so... You know... Mit irgendwie so Statuen vielleicht oder so oder so oder... Dass man halt so sieht... Oh ja, das war richtig sick. Dass es so reingeht. Und dann baust du dich... Also hier so quasi dann Stadt und dann können wir hier so Brücke hinbauen und so. Und dann... Genau über den Fluss. Ja, ich würd dann hier hinten quasi so vielleicht dann auf so einen Hafen planen. Fischergebiet? Ja, irgendwie sowas. Fischergebiet? Ja. Doch, das wär richtig sick, denk ich. Aber dann... Lass doch mal überlegen, wo wir dann am Anfang zu bauen. Oder? Ähm... Kannst du kurz mitkommen? Soll ich nicht auch mal rüberkommen? Das sind die ersten Runden an Diamantenminen. Hast du vielleicht Holz oder irgendwelche Blöcke, die man gut erkennen kann? Äh... Ja, einen Moment. Ähm... Also obsidiert. Ja, nice. Ja, ich hab da Holz hingeworfen. Genau, weil damit würde ich ein bisschen unsere Häuser auch abschicken. Mhm. Ja, ich würd sagen... Ah, ich hab jetzt... Äh, ja. Was soll ich denn eigentlich machen? Ich chill die ganze Zeit noch so unten. Ja, da kannst du noch ein bisschen... Kannst du noch ein bisschen weiter am einen gehen. Wir brauchen sowieso richtig viel, äh, Dias und alles. Ja, mach ich gerade. Schack. Oh. Ähm... Guck mal. Ich hab gar keinen Plan, wenn ich hier rauskomme, ne? Das ist so ein Labyrinth geworden. Oh mein Gott, der Zombie hat einen Eisenbarren getroffen. Nice. Das ist voll selten. So ein Labyrinth. Seltene Dinge in Minecraft. Äh, ich würd sagen... Lass doch hier irgendwo in dieser Ecke... Ach. In dieser Ecke hier an... Äh, ja, 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 ich weiß. Äh... Wäre es möglich, dass ich hier mal ein Bruchel brauche? Hm. Ja, lass mal hier anfangen. Weißt du? Lass mal hier anfangen. Und dann bauen wir hier hinten, wo diese, ähm, Überhänge sind. Später vielleicht noch eine fette, äh, Base. Weißt du? Okay, dann baue ich hier mein Haus, wo ich markiert hab. Okay? Okay. Ja, okay, cool. Ja, feuer ich. Weil ich find, das ist auch ein Spawn, den ich mag. Ja. Okay, ähm... Ja, ich komm dann wieder mal slash spawnen. Äh, wohin möchtest du, ist die Sache. Oder willst du eins noch als ganz aufstehen? Ähm... Ich glaube, ich würde tatsächlich... Am Anfang hier hinten, weißt du, äh, ich bin auf der Mokation. Ja. Aber ich würde nicht zu viel hier bauen, weil... Was willst du dann noch auf die andere Sache... Auf die andere Seite bauen? Ja, stimmt auch wieder. Und das ist auch ein bisschen... Ein bisschen weit weg mittlerweile. Ja. Oh mein Gott. Dein Ernst? Na. Ähm... Das hat mich mal ich geschafft. Was macht denn... Was hat denn ein Bett für den Sinn? Hä? Dass du dann... Ja, keine. Dass du dann... Dass du da spawnst eigentlich. Ja, wenn du tot bist. Ja, wenn du tot bist. Ja. Aber ich will mich doch nicht immer umbringen, um herzukommen. Ja, doch. Cool. Kannst du mit, äh, Enderkiste... Ja. Alter, das war gleich wieder... Oh, wunderschön. I don't know. Ja, müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. Was ist das? Ich muss... Alles, Junge. Ich hab alles verloren. Ich hab alles verloren. Alles. Ich hab dich ja nicht weggelegt, wenn ich irgendwas schlägst. Nee, kannst du mir irgendwas geben? Was denn? Ich hab nichts. Alles. Zicke Steine und so ein Kram. Gib mir alles. Gib mir alles. Du kannst Andesit, Granit und Cobblestone haben. Gib doch irgendeinen... Ich habe nichts dabei. Das ist alles oben. Ähm... Wo ist oben? Digga, wieso baust du eigentlich die ganzen Sachen nicht ab? Bau mal bitte alles ab hier. Ja, mach ich gleich. Da hinten ist ein Redstone-Block und da geht's hoch. Ich hab schnell hingebaut, damit irgendwie dieses Weiß, wo es hochgeht. Weil das ist voll das Labyrinth. Hey, wieso hast du das ganze Redstone uns so stehen gelassen, du Keg? Ich baue das doch jetzt alles ab, ey. Mein Gott. Krieg zu viel. Ich baue das doch direkt ab. Das dauert doch viel länger, wenn du erst später baust. Ich mach gleich meinen Scheiß-Schreibtisch kaputt. Mach das, aber mach bitte auch... Bau vorher bitte alles ab, okay. Ja, ja, warte, ich bin kaputt. Aber erst baust du alles ab? Ja, Witze. Ja. Wieso brauche ich das ganze Redstone? Ah, ich bin für Powerdrails schwer. Hä? Für XP hauptsächlich? Wie hässlich. Ich finde das immer so richtig unsatisfying, wie die Gänge dann aussehen. Wenn man so alles abbaut. Hä, ich würde das viel mehr satisfieigen, als wenn er die ganze Zeit einfach noch so Gold und, äh, Redstone und Eisen und alles in der Wand steckt. Ach, nee, ist persönlich nicht so schlimm. Ey, wisst ihr was? Ich geh einfach, ich geh einfach. Ey, ich bin raus. Tschüss, Leute. Und, äh, ich bin raus.